Was geht ab Fitness, Freunde? Herzlich willkommen zum neuen Video mit Nils. Wir werden heute was Besonderes für euch machen. Nicht ein Training wie jedes Training, sondern ein richtig geiles Stoffvertraining. Genau, wir haben uns heute mal gedacht, wir trainieren uns immer auf Progression, wie wir es machen sollten. Aber wir dachten uns einfach mal, komm, wir werfen uns halt alles mal über Bord. Wir ballern heute mal richtig durch, Dropsätze, Super-Sätze, das wird ein richtig geiles Arm-Auf-Gal-Arm. Den ersten Teil gibt es auf meinem Channel, den zweiten Teil seht ihr bei Nils auf dem Channel. Wir freuen uns schon mal richtig drauf. Es gab eine geile Booster-Session vorher und wir wollen heute einfach nur richtig reinhauen und durchbauen. Mir ist der jetzt wahrscheinlich auch mit von Abteilung die Digger mit. Was freuen wir an? Prost, Kursteine Bank drücken. Kursteine Bank drücken? Kursteine Bank drücken, beste Übung. Let's go. Ab geht's. Kursteine Bank drücken, beste Übung. Erste Übung haben wir fertig gemacht. Freunde, wir sind bis auf 52,5 hochgegangen, jetzt die zweite Übung, Schrägbankdrückmaschine von Hammer Strength. Wir haben uns jetzt hier 40 Kilo draufgepackt, werden ein paar Dropsätze raushauen, das heißt wir werden erstmal Power Reps mit den 40 Kilo machen, dann Power Reps mit den 30 Kilo, dann mit den 20 Kilo und ich würde sagen wir geben jetzt einfach Vollgas. 2. 3. 3. 1. 3. 1. 1. 2. 2. 3. 2. 1. 2. Schauen, wie fühlt es sich an? Geil, geil. Einfach durch mal ein bisschen. Nicht nachdenken. Einfach drücken. Einfach zu der Welt. Einfach. Genau, komm. Komm, hast du. Hoch. Komm. Jetzt die Hälfte sammeln und fährst weiter. Komm. Runde schön durchgucken, Digga. Sehen wir auf die Hälfte. Komm. Komm, hoch. Ja, komm. 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 Sehr schön. Nur die Packs raus, Digga. Komm hoch. Ja. 1, 2, 3. 2. 3. Komm. 4. 5. Komm, Alter, geht es, weiter geht es. Komm, komm, komm. Zeig, was mit der Bruststeck kommt. Komm, komm, komm. Ja, komm. Jawohl. Komm. Jawohl. Komm. Jawohl. Komm, jawohl. Komm. Jawohl. Komm, mal, da geht es. Komm. Holger! Komm, 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 komm! Und ruhig, ruhig! Einer, komm! Sehr gut! Komm, komm, komm! Und ganz, ganz, ja! Komm, komm, komm! Und ganz, ja! Oh! Oh! Einmal! Dritte Übung, Cable Flies, ganz entspannt. Und 15 Wiederholungen, also High-Rap. Und, ja, ich würde sagen, Ballern! Beim Kabelzug haben wir jetzt nochmal richtig Vollgas gegeben. Jetzt kommen wir zum Finisher. Das gibt es dann bei Nils auf dem Channel. Also, checkt unter dem Video. Außerdem werde ich das hier verlinken, den Teil 2, und dann kommen wir zum Bizeps. Viel Spaß und bis zum nächsten Video!